Musik 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 Ich bin auf der Pole, was ist denn das? Hallo Robin! Uff Ich habe vergessen, wie kräftig die Karre ist Bobby Oh, sorry Ernsthaft Es tut mir leid, du warst vor mir Es tut ihm leid Es tut ihm leid Das war noch nicht mal Dinge, die schwer zu glauben sind Das war noch nicht mal ernsthaft gebammt Ich bin einfach in ihn reingeflogen Ich glaube mein Tuning funktioniert halbwegs Oh Hallo Ja lol, da kommen schon die nächsten wieder von hinten an Gefahren, ey Gibt der mir eine von hinten, ey Hallo Ah Oh Gott Oh, Mist, ey Ich glaube ich bin zweit dran Was ist denn die Bundeskugel denn da? Die fährt im Gegenverkehr Oh, doch Acht Runden? Okay Wird sportlich Oh Gott Das macht meine Federung hier mit mir Ich hätte nicht auf Weich stellen dürfen Also ich reiße immer die Fahnenstangen ab Ich weiß auch nicht warum Hi Tobi Servus Mach das Mach das Bis zum nächsten Mal Mach's gut Hey Tobi Hey Tobi 3-2 Oh mein Gott Oh mein Gott Ey Mein Heck Hi Wesbo Boah Ey Affen Danke Tobi zum Mittag Nimm der mich mit ey Geht doch weg Was machst du denn? Wow Da arbeitet man sich wieder nach vorne, ne? Ja, ich war mal auf Platz 1 Ich bin irgendwie so Platz 13 jetzt Aber dafür hab ich wieder freie Bahn Wow Ja komm Wie weit will das Auto denn noch fliegen? Ist das nein? Kein Blöds Das Teil noch fährt, ja Ja Wie mit der Lenkung ist bei der Karre jetzt nicht mehr Wollte ich mal lange Ich fahr auch mal auf der 1 Das ist ja auf 11 Wow, hat sich der Pinke selber abgeschossen Und ich drunter her, ne? Ich bin den ersten getroffen Irgendwer kann ihn überholen jetzt Oder auch nicht Wie kannst du denn erst? Der ist ja mich reingefachert Ach so Nachdem ich ne fünffachen Salto gemacht hab Zweiter Mitm Auto Eieieiei Das fünffach Salto Ja, ohne wer schlimmer wäre, oder? Seidig gedreht Mit man Annahmeverzögerung Och komm, hier mit dem LKW, das ist doch scheiße Ja Wusste auch noch nicht, ne? Hm Oh 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 Er hat doch schon einen gerade geschossen in die Richtung gestupst worden Ich kann da gar nichts für Ja Iron, du musst mir glauben Du musst Jetzt kommt Tim der Zauberer Ey, dieser Blackbird, ne? Was ist mit mir? Was ist mit mir? Jetzt kommt der auch noch an hier Alter, der sneaky man mit diesem scheiß LKW Sein Ernst Sein Ernst Ja, guck mal Jetzt hat er sich selber rausgedreht Ah Nein Den hab ich weggeholzt, ey Ich kann nicht mal zurücksetzen, ich bin die ganze Zeit am Verflug zurückzuwerfen Geht nicht 13 HP hab ich noch Der erste Querverkehr und ich bin raus Äh, rollst du mal bitte? Danke Ja Ich hab mal den Mod ein bisschen geärgert, mal gucken wir mich gleich an Boah, Alter Noch der nicht Die sind ja eigentlich relativ human Jo, ich rammin ja auch nur die ganze Zeit, immer wenn ich ihn seh Der Puder ist kurz nur das Spiel dazu, er kann da nichts machen Doch, er kann Bolle Mann und Ey Das ist wie ein Counter-Strike mit der AWP spielen Achter, du hast noch Geburtstag, ich bin alles geschenkt Oh man, oh man, oh man, oh man Oh, oh Ich hab noch ein HP Ich hab noch ein HP Dämonierhilfe Er hat noch gesagt, er hat Geburtstag, das sind alles Geschenke, oder nicht? Ja What here, Alter? Achter das noch oben, hier ist der Vespo Ich erinnere mich da an was Das war knapp Was war das? Blackbird, mein Freund, bleib mal hier Ja Ich hab einen HP Boah, die Karre ist so schwerfällig, ey Genau, ich erwische einen anderen seitlich am Heck Und ich demoliere mich selbst dabei, wie geht das? Nein! Oh, das war knapp, das Ey, der kommt noch an, ey Oha Oha Oha, da ist jemand Rosa Das ist Babette Ne, Babette ist... Der Speedy ist da Okay Bei Babette ist Rosa Ja, voll nett Der ist nie nett gewesen bisher Der ist nie nett gewesen bisher Das war bestimmt mal aus Versehen Hier Oha, Tobi Geh mit deinem Hai weg Hier Ich schaue jemand gerade selbst ins Knie gehen Gepiept Rotti Oha, Tobi Sorry 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 Tut mir leid Nein Ich hab versucht Ja Despo Ich musste abbremsen Du warst perfekt. Ja, genau. Was, das rosa Schweinchen ist erster? Ja. Mal ein paar Reifen verzeiht. Hepperwutz. Danke, Iris. Scheiße, sorry. Wow! Sigi, ich wollte dich doch einfach nur als Bande benutzen. Ach. Es hat drauf zurückgekommen. Oh Gott. Da ist ja mal abgehoben. Mann, ich war hier mal zweiter. Ich bin zweiter aus zehn. Aber eigenes Versagen. So kleine Kanten und man wie tot, ey. Hm. Ja, ach komm. Okay. Ja, der macht das gerne. Kustar, sonst was. Genau, den Staplon. Das hat er mit mir eben auch probiert. Ah, wie? Rixbot, geh weg. Ja, jetzt mal voll rein, du. So. Ja, bloß. Mhm. Du bist warm. Uff. Frenchy, herzlich willkommen. Schönen guten Abend, wie geht's dir? Ja. Ferderwaffen 9. Ah! Ach, da war ein Motor vorne. Uff. Uff, Mann. Ja, was ist das bitte? Da war gar nichts. Da war gar nichts durch die Fliegelung für drei Meter in die Luft. Geil. Sorry, Doc. Meine Motor ist kaputt, ey. Brauchst du nicht mehr. Brauchst du nicht mehr, genau. Motor werden überbewertet. Ich brauche kein Feuerstein, ich brauche kein Motor. Wer sein Fahrzeug liebt, der schiebt. So ist es. Die kommen bei Babette und Jonken aber gar nicht mehr ran, ey. Die fahren so gut und fehlerfrei. Oh, 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 oh. So, Crunchy, mir geht's auch gut. Arletude so weit. Schön, dass es dir gut geht. Nein, nein, nein. Jetzt fällt mir dran. Was gibt's Neues? Schon mal Wurik fest gespielt, stimmt, oder? Oh, 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 oh. Nein, nee. Ihn Scheiß, den ich hab schon wieder vergessen. Ich hab gleich überrundet, von Babette. das ist weg muss die wecker und beckern dass du so renn kommt das weiß auf welcher seite vorbei kommt ja doch sowas nicht klar der kompakt ist hier ich bin doch